Während die Crew die Tour Eerdahl zum Ablegen fertig macht, hat sich Fuse auf das Schiff geschlichen. Auf leisen Sohlen wurde ein Schatz auf der alten Windjammer versteckt. Wenn Christian Hehl weiß, von wo man die beste Aussicht auf die Killerwoche hat, findet er den ersten Hinweis zum Schatz. Die hat man von ganz oben. Richtig, die beste Aussicht hat man in den Tampen. Ganz oben. Wie alt ist die Kiwo geworden? 125 Jahre. Glaube ich. Bin ich denn noch ansatzweise auf der richtigen Pferde? Nein, hier lang geht's. 125 Jahre. Erzähle ein Seemannsgarn. Ja, gestern hatten wir so guten Wind, dass wir bei unserer Abendfahrt mit 50 Knoten hier wieder in die Killerförde gesehen hätten. Nicht ganz so. Jetzt muss der Kapitän besagtes Seemannsgarn finden. Was braucht man auf der Kiwo besonders? Und somit ist es mal wieder geschafft. Der Schatz von Fuse ist nun kein Geheimnis mehr. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.